Josip, 2 zu 1, Heimsieg gegen Malmö. Wie bewährst du das Spiel? Ja, das war ein sehr intensiver Spiel. Wir haben trotz Rückstand gute Mentalität gezeigt. Wir haben eine super Aktion gehabt. Danach wieder ins Spiel gekommen, zweites Tor geschossen und ich glaube, wir waren eine bessere Mannschaft. Wir gehen da ins Malmö Rückspiel zu spielen mit der Brust vorne. Und ich glaube, mit so einer Leistung werden wir weiterkommen. Du hast angesprochen, wir haben eine super Reaktion gezeigt heute. War das vielleicht auch entscheidend, dass wir sofort ganz schnell auf das Tor reagiert haben, zwei Minuten später? Ich glaube schon, weil dann Zeit für den Gegner spielen konnte. Es war ganz, ganz wichtig, dass wir das Tor gemacht haben. Wir waren dann wieder ins Spiel. Wir wussten, dass wir besser sind. Das haben wir heute gezeigt. Es ist sicher sehr, sehr wichtig, dass wir zwei Tore gemacht haben. Lass uns mal über dein Tor reden dann auch. Was hast du dir in dem Moment gedacht? Einfach draufhämmern jetzt? War ja ein richtig geiles Ding. Ja, ich wusste, ich hatte das Gefühl, dass heute mein Tag ist. Es war sehr schade, dass ich die erste Tormöglichkeit nicht reingemacht habe. Und ich wusste, kommt Zweiter und dann hau ich rein. So war mein Gefühl. Und zum Glück ist ein super Tor am Ende. Und es hat, ich glaube, viel geholfen zur Mannschaft. Und wie gesagt, wir waren eine bessere Mannschaft und wir werden das zeigen im Zweites Spiel. Danke dir. Hat mir Glückwunsch zum Sieg gegen Malmö und Glückwunsch zum Siegtor. Wie geil ist das, wenn man in so einem Spiel dann das Siegtor schießt? Ja, natürlich schön. Zum Glück haben wir das Spiel noch gewonnen, gedreht. Wir haben eine super Reaktion gezeigt nach einem unnötigen Gegentreffer, wo wir kurz nach der Halbzeit hinnehmen mussten. Aber es ist erst Halbzeit. Es erwartet uns ein schwieriges Auswärtsspiel in Malmö. Aber erst mal Mainz und dann Malmö. Du hast angesprochen, die erste Halbzeit ging an uns. Die zweite Runde kommt dann in Malmö. Wie viel vom Malmö-Code konnten wir heute schon knacken und mitnehmen für das Rückspiel? Man hat gesehen, dass die kompakt verteidigt haben, dass sie sich in alles reingeworfen haben. Das ist schwierig, weil die Räume zu finden, je länger das Spiel gedauert hat, desto mehr Räume hatten wir. Und ich bin einfach froh, dass wir das Spiel noch gedreht haben. Würdest du auch insgesamt sagen, dass wir heute die bessere Mannschaft waren? Ja, ich denke, wir hatten schon Spielkontrolle. Die hatten aus dem Spiel raus nichts, außer dem Elfmeter und einer Halbchance. Sonst kam da wenig. Wir hatten das Spiel eigentlich im Griff. Wir hätten das ein oder andere Tor noch mehr schießen müssen. Aber wir nehmen das Ergebnis. Wir müssen uns jetzt gut regenerieren und dann schauen wir mal. 2 zu 1 kann natürlich auch viele Gefahren bürgen für das Rückspiel, weil Malmö ein Auswärtstor geschossen hat. Wie geht ihr damit ins Rückspiel? Ja, definitiv. Das ist ein gefährliches Ergebnis. Ja, aber wir müssen uns jetzt gut erholen. Jetzt erstmal kommt Mainz und dann gucken wir weiter. Danke. Max 2 zu 1 Sieg gegen Malmö. Wie erleichtert seid ihr, dass es dann doch noch geklappt hat? Ja klar, ein Sieg tut immer gut. Speziell nach dem Gegentreffer, den wir natürlich bekommen, wo wir den Rückstand wieder hinterherlaufen mussten. Ich denke, da haben wir eine super Reaktion gezeigt. Ich glaube, zwei Minuten später gleich den Ausgleich gemacht. Das Spiel hatten wir heute 90 Minuten im Griff. Was wir uns ein bisschen vorwerfen müssen, ist, dass wir zu wenig Tore gemacht haben. Aber ich denke, wir haben eine gute Ausgangsslage fürs Rückspiel und wollen natürlich da auch weiterkommen. War das dann insgesamt auch ein Sieg des Willens heute, wenn man zurückliegt und dann zurückkommt? Ja, ich glaube, man musste ganz schnell die Köpfe wieder hochnehmen, weil es war natürlich ein Nackenschlag. Ich glaube, Malmö war mit der ersten Chance vorne. Und ja, war natürlich ziemlich schade für uns, dass wir diesen Aufwand, den wir in der ersten Halbzeit wieder hatten, dass wir da gleich aus der Kabine rauskommen und da gleich wirklich die Tür zugeschlagen bekommen. Aber wir haben sie mit aller Macht wieder aufgerissen und ich denke, wir haben auch verdient hier das Spiel gewonnen. Was würdest du jetzt sagen, worauf kommt es an im Rückspiel? Also die Fans werden wahrscheinlich sehr euphorisch sein in Malmö auch, haben wir heute auch hier gemerkt. Worauf wird es ankommen, dass wir da dann auch als Sieger vom Platz gehen und in die nächste Runde einziehen? Ja, ich glaube, wenn wir da zu Null spielen, dann sind wir schon weiter. Top, danke. Schönen Abend.